hallo und herzlich willkommen bei Stierweckste Dieb schönes einschalten heißt weiter geht's mit Folge 2 wir sollen zum Maschinenraum Maschinentech Plattform gehen als drunter so dann schauen wir mal laufen wir haben den unter die der ein bisschen größer gemacht war doch ein bisschen klein so ich denke mal sollen die nur wenn es ein bisschen größer ist oder ich könnte immer noch klein unterteck ein kam kommt dann an darüber gehen muss darüber springen ich würde ja nicht gerne reinfallen erstmal ist nass und kalt ja nicht da runter bestimmt da ich renne mal wieder der läuft gut was das das explodiert hier Achtung na dann achso achso ok ich musste dahin ok bei dem wird er da lang glauben oh halt gedrückt hab ich so so oh ok ok komm ich hoch ach ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin richtig gaming pc ich bin ich bin ja ich bin das greifen das war knapp das war ich knapp das er wird die jump-and-run und dann muss darüber ich weiß halten bis jetzt ist noch alles ein einführung wir mal spannend was da passiert ist explosion gas eine gasblase ich weiß es nicht oder wir wissen es nicht wissen nur elektriker von ein kurzen an der hohe sachen gehen sie ist er um euch jetzt hin in deinem weg durch die maschinen durch das maschinen tick reichlich die rufen zum halben unter so ist gehen ja war getrunner ich glaube ich nicht dass irgendwas mit dem Bohrer oder doch ich will es nicht es ist hoch gleich der Bohrer hat nicht gebohrt deswegen hast du Bohrer okay wo mich denn... ach ja leider als ein normaler würde ich nie da lang laufen oder als ein normaler ich meine den Waren nehmen dann gehen wir so boah Hans die war keine lei weißt du wahrscheinlich muss hier hoch gleich an und dann okay loslassen darf er nicht ich wollte nur gucken wohin da lang denke ich auch mal okay gerade auf mein Tastatur gucke ich spiele ja über W A S D bei mir ist es schon die zweite dass du du wo es weggegriffen ist und es ist meistens rückwärts keine ahnung warum immer es ist schon die zweite wo es ist ich habe jetzt eine mechanische dass du du also die eigentlich nicht eingebaut aber ja schon da liegt hinter mir muss nur dran klemmen ich war nur zu faul ja zurzeit 24 und licht sehr schön und werde ich demnächst mal dran bauen gut gehen wir mal lang öffnen f f standort ich hoffe dass nicht hier batterien suchen muss ok ok saß wie Eisenbahnschienen aus saß wie Eisenbahnschienen nicht wie nennen wir das hier ja von der Eisenbahn die Räder ok das gab ja ok das war so so was und geil die Grafik herrlich sah richtig geil aus irgendwie so richtig stimmig 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 na ist egal ja wirst schon ey geil wenn das so mal in VR wär da ist doch irgendwie ein Monster ok ducken ey das sieht so richtig genial aus geil so ja machen wir gleich mal gucken was mir in die Ecke rein das ist bestimmt zu ich hab doch ein Schrammzeug warte mal diese S schon wie das mein S benutzt worden ok komm ich ähm ok oh Helm ach du scheiße ja genau was mit dem Helm nehmen mehr auf dem Fallen lassen hm keine Ahnung brauchen wir das nochmal mit Mö klare Kass overhier Jesus Finley you all right you wei wie you seen a ghost who's making that noise Gabbel he's making that racket should we not find him help him no we recommend that what does that mean Das heißt, er ist nicht all right. Nachdem das Explosionen hat, er hat oil oder eine Scheiße auf ihn und erinnert, ich weiß nicht, er hat er. Er hat er, er ist für mich. Er ist still da. Du meinst hier, als in hier mit mir? Aye, das ist genau das, was ich meine. Oh, das ist einfach so großartig. Hast du jemand anderes gesehen? Ich habe hier gesehen. Wo sind wir denn, irgendwie? Back to accommodation. Listen, du musst du durch die Wasser-Tankst zu kommen, um zu accommodation zu kommen. Und quiet, like. Okay, ich muss durch den Wasser-Tank. Da, ich muss durch den Wasser-Tank. Okay, was am Rand? Was ist das? Ach, was ist das? Okay, Arm. Beine. Arm. Und irgendwas. Wie lange. Abgeschlossen. Ah, ich muss hier runter, okay. Kannst du irgendwas nehmen hier oder sowas? Na, wie hättest du uns unterkommen gehen müssen? Boah, schreckt mich nicht, du Kunde. Ich geh erst mal hier lang. Was war denn das? Warte mal, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ich geh mal, ich geh mal hier lang. Irgendwas ist da noch. Nix. Oder? Wiss ich auch was? Okay, da fehlt ein Schalter. Okay, warum sonst der Weg? Gesellen. Nehmen. Nehmen. Fallen lassen. Nehmen. Ah, shit. Ach, also, da war ich ja schon. No way through. Machen wir zu. Schließen. Hallo. Greifen. Ach, ich muss drauf hören. Gut, gehen wir hoch. So. Okay. Was hast du denn hier denn? Okay. Ah, okay, wir haben das zugemacht. Okay, runter geht automatisch und wenn ich klettern, hochklettern möchte, muss ich auch weh drücken. Exit. Oh, überall. Okay, Blut und nicht gut. Ich muss da hoch. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh, wie. Keine Ahnung. Also, Blut. Schleifspur war da. Okay. Und zieh dich hoch. Jawohl. Das ist ein feines Gleichen. Okay, da war irgendwas, entweder war es von einer Dose, oder irgendwas lang geruscht. Mach ich mal zu. Ich mach mal zu. Was ist das? Anschauen. Okay. Wir sind hier. Wir sind immer noch gerade aus zum Wassertank. Wir sind da. Zum Wassertank. Zum Ausgang. Gott. Da ist bestimmt was drin im Spind. Ach so. Auch geht das wie Alien. Isolation. Ich hatte gedacht, das ist da... Boah, war ich sowas von erschrocken jetzt, weil ich meinen Schatten gesehen habe. Äh, ja, ich muss... Wo ist mein Licht? Ach so, da. Gehen wir da. Halt. Dank. Okay. Hm. Hätte man denken können, dass es zugeschossen ist. Weil das heißt ja, du musst ja durch den Wassertank. Ja, da gehen wir durch den Wassertank. Wir gehen da hin. Und zick. Ja, wir gehen da rein. Die pinke Tür. Verdammt, ja, verdammt. Da läuft doch was anderes von mir, der Schatten. Ja, stimmt. Schreckliche Dinge gesehen. Es sind ja auch tote Menschen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Alter, von da komme ich doch, oder? Oder von da? Nee, von da. Dann sind wir hier rein. Ach so, okay. Cool. Ach da. Jetzt wird es verschwindelig. Na dann. Da gehört auch Schisskrieg mit die Stimme. Oh, vom Gesicht umlassen. Alter. Ah, ich muss runter. Oh nein. Bitte nicht das Licht ausgehen lassen. Ich muss jetzt da hoch machen, oder was? Bitte. Ich komme nicht. Ah, da. Doch, doch, doch. Bitte. Wollen wir. Da dann. Komm wir da? Komm ich nicht weiter? Nee, ich muss hier lang. Okay, ich war mit dem Gesicht unterm Wasser. Oh, schnell. Nein. Komm, wir warten schon. Oh, Alter. Wenn du so ein Kopfhörer hörst. Hammer. Oh nein. Ich muss da rein. Und da raus. Okay. Hoffentlich ist es nicht verwinkelt. Wo ist es vor Wasser dank? Es ist bitte nur Wasser dank. Kein. Wo Kaka drin schwimmt. Oh, es war. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, da ist zu. Wo möchte ich jetzt hin? Nein. Kein Schneller laufen. Der hängt ja ab. Oh nein. Douglas. Douglas. Jesus. Nein. Du kannst nicht. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. das halten und los da drüben war es ich kann ich wissen eine waffe behaben haben oder mich zu mich zu verteidigen ich glaube ich gehe mal hier lang kann ich sie schließen ich muss in der stadt durch hundertprozentig aber ich gehe erst mir lange ich wissen wo muss jetzt noch mal hier hoch ich dachte nicht die leichen so leichen noch einmal natürlich ist zu schießen Okay, ich muss hier lang, weil da oben geht es nicht weiter. Ah, okay, wir haben es geschafft. Wundpapä, ich äh Klaue. Okay, was ist das? Okay, wir machen. Oh Gott, stopp. Schick. Fuck. Stopp thinking about it. Jesus. Right. Right. na dann denken wir sind schon aufgehören so ich würde mal sagen wir sind am ende der folge ich hoffe es hat dir bis jetzt gefallen horror mäßig also schreck schreck war da also ja dann sage ich mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal für sie